Okay, dann rasseln wir nochmal los. Ja, ihr dürft nur eine Hände ruhig gebrauchen. Eins, zwei, eins, zwei, drei, hier. Lieber Wackelstein, lieber Wackelstein, lieber Wackelstein, wann fällst du endlich? So, und bei den Worten raus, dann dürft ihr hier richtigen Hüpfalarm machen, da springen die Zähne nämlich aus dem Gebiss raus. Wann fällst du endlich?